weiter nehmen wir jetzt doch noch schienen mit was es geht crafting table weiße die vier holz die ziehe ich mir mal eben schnell sonst woher das sind doch hier schienen ein wertvolleres gut dachte mir doch ich bin da gerade an was vorbeigeflitzt was da texturmäßig nicht reinpasst waren hier noch schienen hallo schienen schienen da ist noch kohle hier waren wir noch gar nicht guck mal einer schau ach genau das ist der see da müssen wir natürlich mal da ist kohle die ruhig mir eisen und lapis schön so ich mache euch mal ein bisschen licht sonst seht ihr nicht ach ja die nebellande sind zum glück so rohstoffreich und so unerschöpflich in ihren ressourcen dass jeder der hierher kommt einmal mehr als genug haben könnte jetzt müssen wir uns den weg da nach oben basteln aber ich stecke mich da jetzt einfach mal hoch weil hier waren wir ja schon müssen hier in der ecke nur noch den da mitnehmen schien hallo hallo schien schien bitte 16 schienen bitte 16 haben aber schon gut geräubert sag ich mal aber es ist ruhig das ist schön schienen schienen ne okay dann treten wir den nachhause weg an falls wir unterwegs noch schienen finden dann nehmen wir seite mit rumgebagge hier boing so ach freunde da war gerade was was mich irritiert hat achso okay da haben wir abgebaut hier lang so das ausgeklügelte facke system das uns führen wird nach hause kiste also eisen so schnell hast du eisen übersehen bist du angetan von der kiste du siehst die hälfte weißt du da waren knochen und ein dead end du irritierst hier geht's nach hause hier geht's nach hause ach ja moment wenn ich schon mal hier bin weißt du zack probe ordnung haha wir kommen in den großen fetten raum ja ok der war jetzt etwas ähm ja nun wisst ihr bescheid tut mir auch leid obwohl eigentlich nicht so ach wie schön das hier noch weiter geht ist das nicht herrlich ich muss Freunde ich muss einfach das bietet der Ehrenkodex eine Mine ist so lange eine Mine bis sie erkundet wurde und wird auch dann eine Mine bleiben oder irgendwie so war das alter erstmal Platz zum Kämpfen und für Sicht so dann heim 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 das sieht aus wie eine unserer Fackeln ich geh mal kurz gucken heim durchaus durchaus Freunde durchaus na geh ich mal hier lang guck mal einer an wo ist denn wo ich hier hingehen mag hm lass uns doch mal gucken ne probebohrung die probebohrung hat nichts gebracht ich glaub wir gehen wieder zurück vorwärts so Schienen darf ich nicht vergessen ähm 64 64 35 da können wir noch da können wir echt noch Gold Schienen Lama ich bin eine Kiste ja ihr habt recht gehört eine Kiste mit einem Namensschild hm ohne Namensschild geh ich hier nicht nach Hause so warte mal Lapis jawoll ah ja Lapis haben wir nicht allzu viel Licht Licht ja komm verpiss dich jetzt keine Zeit dir da ewig beim verschwinden zuzusehen sag mal ok wie das war's probebohrung nach rechts bei Kies mach ich das mal kann ja sein dass so ein verschütteter Weg war aber ne probebohrung die negativ ausfällt mehr Fackeln ähm Kies geh weg Fackeln kommen da hin so können wir denn eigentlich noch Kohle aufnehmen lass mal gucken ähm ja können wir dicke dicke können wir dat haben ja noch jede Menge Scheiß die wir wegwerfen können ähm ach ne das war Kohle wollte ich schon sagen siehst du da geht's noch weiter aber ich mich getäuscht Fackel oh nicht Pfeil Fackel fast dasselbe nur brennt das eine nicht so hier oben hatten wir auch noch ein bisschen Kohle kann ich die schon nicht mehr aufnehmen ok dann pass auf steile weg zack kann ich das aufnehmen so ui Licht so alles klar ähm diese Richtung war nicht diese Richtung nach Hause beziehungsweise hier mal gucken wo es denn da noch so hingeht ah da haben wir ja noch ein bisschen was pro erordnung haha haha so Sekunde ich muss mal eben ganz kurz hier ein bisschen freidengeln und dann schaue ich erstmal in die Richtung äh in die Richtung ob wir denn da nicht auch bei der Lava rauskommen nein Probebohrung da ist ja wieder mal schön verzweigt und groß hier gefällt mir Licht ach ne dead end dann drüber zur Lava jetzt sollte ich mir irgendwie ein Backpack Mod oder sowas installieren ich bekomme echt immer viel zu wenig Stuff mit wenn ich hier auf so eine Tour gehe da waren wir aber schon hi so warte zack 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 beziehungsweise Kreuzung so gib mir Kisten gib mir erstmal eine neue Schaufel so ist natürlich jetzt hier eine kleine Probebohrung weil verschütter Weg und so kennt man ja aber ne nix verschüttet hier ist es verschüttet gib mir Diamanten okay Eisen nehme ich auch gib mir Kisten alter Skelett oh Spitzhacke ist schon wieder im Eimer hallo Fledern Flapsi finde ich ja voll cool dass Flapsi die Welt erkundet und auch meinen Hunsgrab ab und zu vorbeiflattert komm her da oh komm her so wie schaut's aus oh es geht nach unten nein Spinnenspawner wie geil wie viele Spawner wir in den Nebenlanden haben es geht auf keine Mu-Haut oder was sagt ihr wir hatten ja in der einen Höhle ich weiß ja nicht mehr haust du jetzt ab sonst gibt's eine auf den Kopf ähm in der einen in dem einen Dungeon oder in dem einen Höhlen System Schallplatte hast du Brot äh hatten wir ja drei in unmittelbarster äh Umgebung gefunden also drei Stück die fast nebeneinander waren das war schon krass oder waren es sogar fünf ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr schon eine Zeit lang her so wir sollten ein bisschen normale Kohle noch abgreifen Freunde sonst wird das hier mit dem Facken langsam knapp ja durchaus was macht denn der da sorry ich hab keine Sprechstunde Junge hi sorry ich hab gerade erst gesehen dass hier weiter geht komm mal wo bist du denn jetzt Mr. Creeperman hallo geht's Ihnen gut hallo na soll er doch ist er sich doch verkrümen der Typ so das geht jetzt hier natürlich in ein Höhlen System natürlich nur mal gucken hallo so und ähm wenn ich jetzt raten muss das Höhlen System landet in einer Schlucht hä ah gucke hier die Lava ich muss da runter ich muss gucken okay so warte ich muss das ein bisschen intelligenter gerade lösen bis ich da hinkomme geh weg böse Lava so ich brauche jetzt doch mal ach warte mal hier den Stack hier hinfort haben wir sonst irgendwas gerade nicht ne ich brauche mir hier meinen Wassereimer ach was ach was ach was ne Kiste super Kürbis toll toll das ist ja was lassen wir denn hier äh komm nein das ist Redstone es ist Gold ach hier gucke Buchsteine so dann äh suchen wir hier noch ein bisschen du bist irritierend du kommst weg natürlich hallo ach so okay so jetzt noch ein paar Schienen gesammelt warte wir müssen unbedingt unbedingt müssen wir an die Oberfläche um unseren ganzen Scheiß abzuladen wir sind sowas von absolut überfüllt hat er Musik ich höre gerade keine Musik mehr was ist da los hallo warte ähm ah so mehr Schienen gut können wir aufnehmen dann müssen wir hier noch ein bisschen lang okay hier gibt es nichts ach Freunde Eisen ach Freunde ich sag's euch mit euch mach ich was mit ey diese Höhentouren die sind der absolute Kracher so ah noch mehr Eisen so was sagt denn unsere Rüstung eigentlich okay ähm Eisen also wir haben jetzt schon mal hier Kohle das ist Eisen Kohle Eisengold Lapis Eisen Kohle also wir haben jetzt genau zwei 6 Eisen konnte ich das alles noch aufnehmen ja aha Probebohrung aha aber hier waren wir schon schon relativ hell ja Kohle mitgenommen achso wir brauchen auch noch ein bisschen normale Kohle mach ich gleich mal ein bisschen für Fackeln ach ach ja wir haben jetzt irgendwo in der sticknormalen Höhle unterwegs gewesen hätten wir bestimmt schon längst schon längst Fackelmangel gehabt so hier brauche ich gar keine Probebohrung machen weil wir eh wieder da rauskommen also quasi nebenan in dem Gang so eigentlich wollte ich doch nur ein paar Level damit ich die Spitzhacken zusammenführen kann das war hier endlich an unserer schwarzen Bergfeste also an meiner schwarzen Bergfeste aber ich sag einfach mal unsere dass da endlich mal ein bisschen vorwärts geht ein bisschen weiter und was ist ich gucke hier durch die Höhle hab Diamanten ohne Ende in der Tasche und okay jetzt ist es soweit ich warte aha aha oder oben eyed wo